Wenn der Russe sagt, idinachoi, heißt es, hau ab, verzieh dich. Wörtlich übersetzt, geh und setz dich auf einen Penis. Ist deine Auszeit. Manchen hilft's. Adnachustwina bedeutet, spielt keine Rolle. Wörtlich übersetzt, alles der gleiche Penis. Und jetzt wird's mystisch. Huiz gare. Damit beschreibst du jemanden, der plötzlich wie aus dem Nichts auftaucht. Wörtlich übersetzt, der Penis aus den Gebirgen. Applaus